Wenn es andere Universen gibt, liegen sie neben unserem. Und das bezieht sich tatsächlich auf meine Theorie des Mandela-Effekts und wie der Teilchenbeschleuniger das Gewicht eines Universums verändert hat. Elektronen und hat daher unser Universum zerstört und uns in das Universum verschoben, das direkt daneben liegt. Und deshalb sind die Dinge in diesem Universum anders. Wenn du dir das gesamte Universum ansiehst, könntest du von seiner schieren Größe überwältigt werden. Die Erkenntnisse der Natur sind weit unglaublicher, als irgendjemand erwartet hätte. Und die Wissenschaft hat gerade erst an der Oberfläche der Realität gekratzt. Es gibt so viele Beweise für so verschiedene Konzepte, wie freie Energie, ein einheitliches Bewusstseinsfeld, übermenschliche Fähigkeiten, parallele Realitäten. Viele andere, die wäre es unvernünftig zu erwarten, dass ein Kind alles vollständig versteht. Ebenso hat eines der klügsten Kinder der Welt einige Ideen über das Potenzial des CERN veröffentlicht und wie Wissenschaftler es genutzt haben, um ein Portal zu einer anderen Welt zu öffnen. Welche Argumente bringt dieses junge Genie vor und wie wurde die Maschine benutzt, um ein neues Portal zu schaffen? Begleite uns, während wir die Aussagen des jüngsten Genies der Welt untersuchen. Der behauptet, dass der Large Hadron Collider und die Bemühungen einiger Physiker ein Tor zu einer anderen Dimension öffneten. Lasst uns anfangen! Trotz aller wissenschaftlichen Beweise glauben viele, manche Leute glauben, dass der Large Hadron Collider des CERN versehentlich unser Universum zerstört hat und uns dabei in ein Paralleluniversum befördert hat, während die Idee einer endlosen Anzahl paralleler Universen nicht wirklich neu ist. Dank der Marvel-Filme und Rick and Morty-Episoden ist die Idee, dass wir in einer Welt leben könnten, die nicht unsere eigene ist, inzwischen weniger bekannt. Ein Befürworter dieser Theorie ist Max Laughlin, ein 13-jähriger Junge, der den Mandela-Effekt nutzt. Ein Phänomen, bei dem Menschen Erinnerungen an Ereignisse haben, die mit dem allgemeinen Konsens oder der etablierten Dokumentation in Konflikt stehen. Um seine Behauptung zu untermauern, dass wir alle irgendwie in die dunkelste Zeitlinie verschoben wurden. Max' Geschichte. Der junge Teenager wurde als Genie bezeichnet. Als Laughlin dieses echte Energiegeräte fand, das der Welt unbegrenzte Energie liefern sollte, machte es viel Aufsehen. Und da beginnt das erste Problem in dieser Geschichte. Du fragst dich vielleicht, warum du noch gehört hast. Du musst zwischen zwei Theorien wählen. Erstens, das Gerät hat nie funktioniert und zweitens konnte es in keiner Weise nützlich hochskaliert werden. Zweitens, eure Regierung hat dafür gesorgt, dass ihr nie von Max Laughlin oder seinem unglaublichen freien Energiegerät gehört habt. Woran glauben schlaue Erwachsene? Warum funktioniert die Max Laughlin-freie Energiemaschine noch nicht in deinem Zuhause? Die meisten Blogs, die über Laughlins Genie sprechen, würden sagen, dass der zweite Grund wahr ist. Aber Max würde dich glauben lassen, dass es aus einem ganz anderen Grund ist. Max und der Mandela-Effekt. Vielleicht ist es das Ergebnis des Mandela-Effekts. Schon mal davon gehört? Das ist der universelle Grund, den Menschen angeben, um Dinge zu vergessen. Und es ist zu einer Pseudowissenschaft geworden. Max versucht dir in diesem Video zu zeigen, wie das möglich ist. Ich meine, manche Leute in dieser Realität, denke ich, ich versuche immer noch herauszufinden, warum sie sich nicht daran erinnern. Aber wie auch immer, das ist der Mandela-Effekt und wir leben in einer alternativen Expansion. Es geht darum, wie Elektronen explodieren und wie sich die Zeit bewegt. Und vielleicht lebt ihr heute in einer ganz anderen Welt als noch vor einigen Jahrzehnten. Wir werden uns nicht mit diesen Argumenten beschäftigen, weil du entweder ein großer Fan des Mandela-Effekts bist oder du damit zurechtkommst, dass Menschen Dinge vergessen. Aber es ist faszinierend, einem kleinen Kind zuzusehen, wie es leidenschaftlich einen Standpunkt verteidigt. Was sagt Laughlin über die vergessene Welt? Und was sagt sein Vater später im Video? Es ist nicht einfach. Das Anschauen des Videos könnte Max helfen, dir die ganze Geschichte zu erzählen. Es ist irgendwie so. Ihre Idee ist, dass der Large Hadron Collider, der von der Europäischen Organisation für Kernforschung, oder CERN, gebaut wurde, uns alles vergessen ließ. Ja, der Wunderjunge sagt, dass der Mandela-Effekt durch die Suche nach Kernfusionen verursacht wurde, die unser altes Universum zerstört habe. Aber bevor du dich auf eine Debatte einlässt, solltest du dich besser informieren. Ja, es ist ihm wirklich wichtig. Aber vielleicht muss er erwachsen werden, damit sein Eifer mit Einsicht und Weisheit übereinstimmt. Laughlin sagt einmal, dass die Leute von Anfang an dachten, CERN sei eine schlechte Idee. Schon als wir daran dachten, es zu starten, wussten wir, dass unser Universum implodieren würde. Nein, nicht ganz. Laughlin sagt nicht, woher er seine Informationen für diesen Vortrag hat, obwohl Physiker ihre Eigenheiten haben können. Wir glauben nicht, dass sie geplant haben, alle umzubringen und dann internationale Regierungen dafür bezahlen zu lassen. Ihm ist auch egal, was das CERN macht. Das versucht, dasselbe auf der Erde zu reproduzieren, wie im Weltraum. Der Large Hadron Collider wird verwendet, um diese Reaktionen zu ermöglichen. Und es wäre schade, wenn Max' Intelligenz in die falsche Richtung ginge. Stell dir vor, was er tun könnte, wenn er seine Meinung änderte. Ein echtes Problem. Die Liebe zur Wissenschaft ist da, die Basis ist schon vorhanden. Er ist ohne Zweifel ein kluger und kreativer Junge. Wir sind uns nur nicht sicher, ob er richtig gelandet ist. Es sieht so aus, als hätten Laughlin und sein Vater den ersten Satz jedes wichtigen Artikels auf Wikipedia über die Multiversum-Theorie genommen und sie alle zusammengefügt. Sicher, wir könnten Laughlins Ideen tagelang oder sogar wochenlang auseinandernehmen. Die YouTube-Kommentare hingegen machen einen großartigen Job dabei, seine Punkte aufzuschlüssen. Wir erwarten auch von jedem, uns in den Kommentaren mitzuteilen, was er denkt. Und Max ist nicht der Einzige, der schuld ist? Ja, Eltern sollten ihren Kindern erlauben, ihre Fähigkeiten und Interessen auszuprobieren. Aber sollten sie den Kindern nicht auch beibringen, wie man diese Fähigkeiten gut nutzt? Der Mann hinter der Kamera nervt uns ein wenig. In der Mitte des Videos sagt der Mann, den wir für Laughlins Vater halten. Ich glaube, niemand außer dir kann das wirklich verstehen. Wenn nur ihr Kind es versteht, abgesehen von ausgebildeten Physikern, haben sie vielleicht ein Problem. Physiker können stundenlang über die kontroversesten Theoreme sprechen. Und der Öffentlichkeit darüber lehren. Dieser Vater kann nicht einfach sagen, mein Kind ist schlauer als alle anderen. Und die Experten auf dem Gebiet ignorieren. Wenn andere Menschen etwas nicht verstehen können, liegt es vielleicht daran, dass es nichts zu verstehen gibt. Es gibt keine Beweise. Beweise. Kein Grund oder Sinn. Max Loughlin ist nicht einfach irgendein Typ. Er ist wahrscheinlich die klügste Person der Welt. Und er sagt, er hat Beweise, dass CERN das Universum ruiniert hat. Universum. Loughlin sagt, dass die jüngsten Experimente am CERN das Universum zerstört haben. Und deshalb leben wir jetzt in einem parallelen Universum, das direkt neben unserem existiert. Die Wissenschaft beginnt gerade erst zu begreifen, wie die Realität aussieht. Aber das, was sie bisher gefunden hat, ist schockierender, als wir uns je vorgestellt haben. Quantenverschränkung. Ein einziges Bewusstseinsfeld. Freie Energie. Übermenschliche Fähigkeiten. Singularität. Paralleluniversen und andere Realitäten sind alle ein Beweis dafür. Das alles ist so erstaunlich, dass man nicht glauben würde, dass ein Kind es verstehen könnte. Aber vielleicht brauchen wir ein Kind. Jemanden, der mutig genug ist, verrückte Ideen und Theorien zu denken. Denn ein Großteil der Welt, in der wir heute leben, wurde auf solchen aufgebaut. Max Loughlin ist kein einfaches Kind. Er könnte der klügste Mensch der ganzen Welt sein. Er hat ein Energiegerät gebaut, als er erst 13 Jahre alt war. Das ist etwas, das der ganzen Welt kostenlose Energie geben könnte. Er wurde auf der ganzen Welt berühmt für seine brillanten Ideen und Ansichten. Über interessante Themen wie die Natur des Universums und verschiedene Realitäten. Aber jetzt denkt er, dass CERN unser Universum zerstört hat und wir in einem Paralleluniversum leben, das unserem am nächsten war. Er meint, dass dies den bekannten Mandela-Effekt verursacht hat. Der Mandela-Effekt tritt auf, weil Menschen sich Dinge anders merken. Wenn viele Menschen bestimmte Ereignisse anders in Erinnerung haben, als sie jetzt in Geschichtsbüchern stehen, die Leute schwören darauf, dass das, was ihnen in Schulen und Universitäten beigebracht wird und was sie mit eigenen Augen gesehen haben, nicht dementspricht, was jetzt gesagt wird. Es sieht aus wie eine seltsame Art von Massenwahnsinn. Der Mandela-Effekt bekam seinen Namen nach dem Tod von Nelson Mandela im Jahr 2013. Damals begannen Tausende und Abertausende von Menschen im Internet darüber zu schreiben, wie Nelson Mandela in den 1980er Jahren im Gefängnis starb. Daran erinnerten sie sich sehr gut. Und warum würde jemand der Welt erzählen, dass er wieder gestorben ist? Aber im Jahr 2013, Psychologen waren nicht auf diese Art von Massenwahn vorbereitet, die passiert, wenn viele Leute gleichzeitig dasselbe sagen, ohne einen klaren Grund oder Nutzen. Es gab nur eine kleine Sache. Sie konnten ihre Behauptungen nicht mit Beweisen untermauern. Und in der modernen Welt, selbst wenn eine Milliarde Menschen sagen, dass sie ein UFO gesehen haben, werden die anderen sechs Milliarden es immer noch für eine Geschichte halten. Um zu untermauern, was du sagst, solltest du immer Papiere oder ein Zertifikat mitbringen. Ein Ausschnitt, ein Video oder etwas anderes, das man sehen kann. In einem normalen Gericht wird ihr Wort nicht für bare Münze genommen. Das heißt, sie müssen etwas vorlegen. Marxis Zukunft. Außerdem, wenn ein scheinbares Genie nicht lernt, seine Expertise zu verfeinern und seine Fähigkeiten in seinen prägenden Jahren effektiv anzuwenden, wird er jemals sein volles Potenzial erreichen? Hoffen wir, dass Max Loughlin nie wünscht, er könnte den Mandela-Effekt nutzen, um seine Vergangenheit zu vergessen. Das größte Problem ist, dass viele Webseiten, Verschwörungsblocks und andere Orte über Loughlin sprechen, als wäre er das klügste Kind aller Zeiten. Je öfter er das Wort hört, das ihn beschreibt, desto weniger wahrscheinlich ist es, dass er die Dinge hinterfragt. Einstein, sogar Reden und selbst der seltsame Elon Musk haben sich von dem Wort Genie distanziert. Wenn du denkst, dass du alles weißt, hörst du auf, über alles nachzudenken. Sogar über dich selbst. Selbst im Video hat Max immer noch Schwierigkeiten mit Fragen, auf die er keine Antwort weiß. Anstatt sich auf das Universum zu konzentrieren, könnte Max die Welt um ihn herum beeinflussen. Hoffen wir, dass sein Vermächtnis konkreter wird als abstrakt. Das ist dann auch schon alles für dieses Video. Danke fürs Zuschauen. Was sind also deine Gedanken zu Max' Sicht auf das Paralleluniversum? Teile es uns unten in den Kommentaren mit. Stellen Sie sicher, dass Sie diesen Kanal mit einer Glockenbenachrichtigung abonnieren, wenn Sie unsere Inhalte gerne sehen. Wir laden hier einige großartige Sachen hoch, die Ihnen mit Sicherheit gefallen werden. Gib diesem Video ein Like und hinterlass unten einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.